Ich bin wieder eher auf ihres Seite, weil ich sage, dieser ganze Kindergarten nervt jetzt langsam, weil Peter und Yvonne, wir wissen zwar viel und wir wissen auch, was Peter alles ihres gesagt haben will oder soll, aber bis heute gibt es ja immer noch keinen klaren Satz von Peter und Yvonne, ja, wir sind ein Paar. Weil auch die Ehe von Yvonne, das wissen wir ja auch inzwischen, also die war ja auch schon vor dem Dschungelcamp vorbei. Lass uns gleich nochmal über Yvonne sprechen, aber nochmal einmal bei diesem Familienkomplex, weil ich finde das immer so traurig, wenn man viele, viele Jahre eine Familie war und eine Einheit und dann sich ein Paar trennt. Klar gibt es dann Streitereien, aber auf der anderen Seite, du kannst doch auch nicht für eine Frau, bei der du nicht weißt, wie da die Zukunft aussieht, deine ganze Familie wegwerfen. Also das finde ich erschreckend. Nun kann man vielleicht, bin ich mir nicht sicher, ob nicht vielleicht auch die Familie Katzenberger da den Kontakt abbricht und den zu Peter auch gar nicht will aus Loyalität gegenüber Peter. Davon gehe ich aus, dass es so ist. Wie ist Lukas so, weißt du, so als Mann ist er... Naja, wir reden ja gleich noch über Boris Becker, happy wife, happy life. Das ist ja ein Satz, den er jetzt gerade wieder gesagt hat, fällt mir jetzt gerade ein. Aber natürlich wird wahrscheinlich, müsste man jetzt mit den Betroffenen natürlich sprechen, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Daniela Katzenberger zu Lukas sagt, du, halt du mal schön den Kontakt zu Papa Peter, ich bin auf Mamas Seite, ist ja schwierig, geht ja nicht. Also deswegen glaube ich, dass die Familie rund um Daniela natürlich jetzt auch gesagt hat, komm, wir machen da jetzt erstmal einen Cut und wir lassen da jetzt erstmal auch Gras drüber wachsen. Was allerdings schwierig wird, weil natürlich Yvonne ja auch keine Gelegenheit auslässt, gegen Iris zu sticheln und natürlich Iris dann auch reagiert. Also die lassen sich ja auch alle so nicht so wirklich in Ruhe. Die lassen kein gutes Haar aneinander und Yvonne ist ein gutes Stichwort, weil das ist natürlich die Dritte im Bunde. Ohne sie würde es dieses ganze Drama nicht geben, so zumindest nicht in diesem Ausmaß. Obwohl sie natürlich auch nicht die Schuldige in der ganzen Sache ist, aber sie spielt natürlich eine große Rolle. Sie stichelt, sie legt auch immer wieder nach, sie lässt sich auch nichts gefallen. Manchmal bin ich da auch so hin und her gerissen zwischen, ich kann verstehen, dass man sich auch nicht alles gefallen lässt. Auf der anderen Seite muss man auch nicht ständig provozieren und das tun einfach alle Parteien. Alle Parteien sticheln, provozieren, teilen aus, ihnen fällt es wahnsinnig schwer einzustecken auch. Trotzdem schwirrt mir immer eine Frage im Kopf rum und das ist die Frage, nutzt Yvonne Peter eigentlich nur aus? Weil auch ich, auch du, wir haben ja mit Freundinnen gesprochen von Yvonne, die sie schon lange kennen, die immer eine Sache gesagt haben und zwar Yvonne wollte schon immer berühmt werden. Yvonne wollte immer mit in den Vordergrund. Die ist auf jedes rote Teppich-Event, auf das sie mitgehen konnte, ist sie mitgekommen. Und fand es eigentlich immer blöd, dass sie immer nur das Plus Eins war und nicht diejenige, die im Mittelpunkt stand. Und das ist natürlich für sie jetzt die Gelegenheit. Und da ist wirklich so, da frage ich mich wirklich, weil sie sich auch nicht, weißt du, warum ich mich das frage? Weil sie sich nicht zu ihm bekennt. Wenn sie sich hinstellen würde und sagen würde, ich liebe Peter Klein. Er war ja relativ klar, was seine Gefühle angeht. Er hat gesagt, ich mag diese Frau, ich mag alles an ihr, ich finde die ganz toll. Na, er liebt sie, er hat ja mehr gesagt. Aber sie tut es nicht. Sie stellt sich nicht hin und sagt, ich liebe Peter Klein. Und weil sie das nicht tut, weil sie sich nicht öffentlich zu ihm bekennt, sondern immer so eine Scharade macht in irgendeiner Weise und immer so ein Spiel spielt mit dem Ganzen, frage ich mich, das ist der Grund, warum ich, ich will ihr gar nichts unterstellen, aber das deutet für mich in irgendeiner Form darauf hin, dass das nicht alles aus Liebe geschieht, sondern dass da auch ein Plan hinter steckt. Ja, aber du darfst natürlich nicht vergessen, in der Sekunde, wenn jetzt auch Yvonne sagt, ja, ich liebe Peter, wir sind ein Paar, dann bekommen die natürlich noch zwei, drei Tage große Aufmerksamkeit, auch von uns. Und danach denkt man sich, okay, jetzt ist ja dann auch gut, jetzt haben sie es gesagt und jetzt sollen die mal da ihr Ding machen. Also ich glaube, das ist sicher auch einer der Beweggründe, um natürlich diese kleine Flamme da weiter am Köcheln zu halten, weil immerhin, die sind jetzt wochenlang zusammen und drehen für RTL dieses neue Format. Also da sind die beiden ja auch aufeinander angewiesen. Also da kann man jetzt nicht mal einfach sagen, komm, ich habe heute keine Lust mehr, mach du mal alleine. Nein, die müssen jetzt auch da einen Vertrag erfüllen. Und deswegen müssen die sich natürlich auch nach wie vor gut verstehen. Und ich glaube auch, dass die ganz, ganz eng sind. Wie gesagt, wir wissen ja, sie sind ein Paar. Und ich glaube nach wie vor, dass eben der Noch-Ehemann von Yvonne da auch eine Rolle spielt. Da geht es ja jetzt auch um Scheidung, da geht es um Geld. Und wenn die jetzt natürlich dauernd ihre Liebe nach außen trägt, ja, wie gesagt, es gibt in Hamburg auch noch einen Ehemann. Und der Mann ist Unternehmer, der hat natürlich überhaupt keine Lust, dauernd seinen Namen da in der Presse zu lesen oder irgendwas zu lesen über Yvonne und Peter.